Also das Streamen habe ich angefangen im November. Es war schon immer eigentlich eine Sache, die ich sehr gerne machen wollte, aber das Internet war bei mir immer beschissen. Halt immer. Sehr lange hatte ich einfach eine 6K-Leitung und da ist echt nicht viel durchgekommen. Das heißt, Competitive Online Games waren keine Sache für mich. Und um echt zu sein hatte ich bis CTA nicht wirklich Bock auf Online-Spiele. Aber dann kam Fallgeist. Wie geht dieses Spiel? Ich laufe einfach und springe, oder? Es ist mehr nicht. Es ist wirklich nur... Es ist wirklich nur... Was ist das? Was passiert hier gerade? Nein, ich fliege um. Ah, wie peinlich. War aber gerade ein Furry. Das Wippen-Mini-Spiel. Ich hasse es. Das als erstes Game zu bekommen, ist schon ranzig. Man muss praktisch wirklich nur an den Wippen vorbeikommen. Nur ist das ein bisschen schwer, wenn die Wippen die ganze Zeit vertikal stehen. Halt. Das ist nicht so nice. Ah, Bruder. Ah, ihr Schwänze. Heute wieder at Bloodleafs Stream schauen gar keinen Bock. Leon, du brauchst dich zehnmal schreiben. Alles cool, Mann. Ich hab schon verstanden, dass du keinen Bock auf meinen Stream hast. Man muss hier wissen, dass Leon wirklich keine Lust auf meine Streams hatte. Und das musste er mich wissen lassen, indem er es mir mehrmals in meinen Chat schreibt. Ich kann auch hechten in dem Spiel, gell? Ich hechte, ich hechte, ich hechte, ich hechte. Oh nein, 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 nein. Das ist das ganze Game. Also wir werden nichts weiteres sehen. Okay, das ist nice. Ich hab nicht gemerkt, dass das Spiel für mich wahrscheinlich ein bisschen schwerer wird. Denn, wisst ihr, so ein Fallgeil steuert sich nicht ganz so nice. Ich bin nicht mal halb durch den Parcours gekommen. Da wurde mir klar, dass ich die Sache nicht nackt angehen kann. Outfits, oder? Ah, da! Yeah, Bruder, let's go! Wenn man sich das Spiel in der ersten Woche geholt hat, hat man so einen pinken Wolf bekommen. Und, ähm, entschuldige mich, falls ich vielleicht ein bisschen ausfallend wirke, aber... Der Shit war ja mal der niceste Scheiß, okay? Gehen wir eine Runde. Dies war ein Furry-Skin, Alter. Let's fucking go, okay? Ab hier gab es kein Zurückhalten mehr. Es war nur noch purer Skill am Werk. Das ist der Gashis Castle ohne den funny Kommentator. Nein, ich mag das nicht. Ah, nein. Ah, aua. Ach, komm schon. Weil ich wurde gerade richtig fett durchgebankt. Hat der tut mir gerade was... Was gerade passiert, Alter? Purer Skill. Da bin ich nicht mehr dabei. Ich will das mir nicht anschauen. Wieso kann ich nicht einfach mich verpissen? Ach, jetzt werde ich gewohrt. Ach so, ich bekomme nichts hin. Yo, was ist das für ein Gangbang, Alter? Das ist so ein Fickfest. Unglaublich. So läuft das nämlich. Nachdem ich meine erste Runde gewonnen habe, ging es einfach nur bergauf, okay? Oh Gott, ich kann das Spiel nicht. Wer bin ich? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ach, gar keine Lust, aber... Halt voll kacke, aber... Oh Gott, nein, der will mich. Nein. Nein. Okay. Oh mein... Oller. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ein weißer Mann hat mal gesagt, wenn Glück zur Gewohnheit wird, nennt man das Skill. Er hat auch wie verrückt Bubz geschrien, aber... Ich weiß nicht, inwiefern das irgendwie relevant ist. Oh, der sieht so cool aus, den will ich. Den einen Skin da, den ihr nicht sehen könnt, weil ich nicht drauf zeige. Du Schwanz. Nein. Na, au... Ah, er hat meinen Schwanz. Nein, ich habe nur 10 Sekunden. Oh Gott, Hotdog. Hotdog, 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 Hotdog. Ich nehme dir den Schwanz weg. Nein, ich nehme dir den Schwanz weg. Hahaha. Ja, Mann. Scheiß Piraten-Wichser. Wie sieht es aus? Hahaha. Wichser. Die würden sagen, dass ich ein bisschen zu hart zu den Piraten war. Und... Ich würde euch ja recht geben. Aber ich habe den ja mal so fett abgeknüpft, Alter. Halt easy game, Junge. Iiii... Erinnert mal jemand, das Spiel zu Rocket League. Yo, das ist so ein verfickter Müll. Okay, warte mal. Oh. Oh, oh Gott. Scheiße. Ja, das Fußball-Ding war eine Sache. Das Gegner-Team bestand anscheinend nur aus Kartoffeln. Halt. Ich glaube, Kartoffeln hätten das besser gehandelt. Alter, habt ihr diesen Doppel-Hit gesehen? Yo, wie ein Rape-Handy-Jahr. Ey, wir machen die gerade 6 zu 0 fertig. Ist das, ähm... Brasilien gegen Deutschland. Was war nochmal dieses 7 zu... Ich weiß halt nicht. Es ist viel zu einfach. Warum ist es so einfach gerade? Warum ist es so einfach so awesome zu sein wie ich? Ne, ich verstehe gar nicht. Machen wir es richtig? Let's fucking go! Wie viele Runden hat der Scheiß? Nach dieser puren Zerstörung... ...ging's direkt ins Finale. Meine Chance, ne fucking Krone zu bekommen. Und dann war es wieder so ein scheiß Schweif-Minispiel. Komm her. Was willst du? Was willst, Armin? Alter, wird mein Arsch unplugged bleiben? Wer weiß. Wer weiß. So unplugged wie bei Nirvana damals. Ich bin echt nicht stolz auf diesen Joke. Noch schlimmer ist es, dass ich danach nicht mal gewonnen habe. Oh Gott! Junge, das war gerade so satisfying, das zuzusehen, wie alle gerade da sterben. Das ist so nice. Oh nein, jetzt bin ich da mittendrin. Oh nein, ich mag das nicht! Es ist halt cool, wenn es dir selber nicht passiert. Oh wow. Oh, wird die gedamaged? Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Du Fotze. Ich spiele das auf meinem rasierten Arsch. Diesmal machen wir es, okay? Diesmal wird es eine Sache. Alla, Alla, Alla. Bruder, 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 Bruder. Ich, nein. Nein! Wie lange hast du vor, das noch zu spielen? Bis ich eine fucking Runde schaffe. Okay, ich schaffe keine fucking Runde. Ich spiele das eine Stunde, aber ich habe bis jetzt keine Runde geschafft. Alles schien echt ein wenig hoffnungslos. Aber dann kam eine wirklich gute Möglichkeit, die Sache rumzudrehen. Samenstau, let's go. So sieht es in der, in der, in der Vagina aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Ah, Bruder, Bruder. Yes, ich bin da drin. Samenstau, Alter. Halt, ich weiß nicht, was aus meinem fucking Kopf rausgesplutcht kommt manchmal. Hilfe. Ah, fuck dich. Geht das jetzt, oder was? Kann ich da jetzt hoch, ohne zu sterben? Gott, ich hasse euch. Ich hasse euch. Hallo? Danke. Ja, flieg runter, du Bitch. Ich glaube, ich habe gesagt, Traube. Fuck, egal, ich weiß, wo du so. Alles Schwänze, alles Schwänze seid ihr, ne? Alles fucking. Herr, geh doch weg, aller Social Distancing, Mann. Orange Melone, Orange Kirsche. Oh, aha. Das ist viel zu viel. Ich mag das nicht. Kirsche, boah, Kirsche, boah, fucking Kirsche. Bruder, yes. Da bin ich. Oh Gott, ich war fast runtergefallen. Ey, Fallguy, 1584. Beweg mal deinen scheiß Arsch. Warum hilft der Blaue uns? Das ist der komplett falsche Team, Alter. Aber es sind drei Teams. Die haben gewonnen. Ja, halt, halt, fress Scheiße so. Keine Ahnung. Halt, ich war so eine Stunde am Grinden. Und bin dann erst ins Finale gekommen. Das musste zählen. Das war der fucking Moment. Also hab ich gemacht, was jeder in der Situation tun würde. Oh, wow, 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 wow. Okay, jetzt vielleicht hechten. Vielleicht hechten ist das eine gute Idee. Yo, ich mag das nicht. Oh Gott. Ja, es lief nicht wirklich gut. Das ist jetzt super machbar. Das ist die leichteste State. Weil ich muss einfach nur mit dem Flow schwimmen. Ich bin ein Lachs. Oh Gott, du. Immer wieder. Ich weiß genau, dass das da ist. Und ich fliege da dauernd rein, Alter. Ach komm. Freut mich nicht, Mann. Wir haben nichts erreicht. Ah, jetzt ist wirklich wieder Samenstau. Ich hab gar keinen Bock für den Schönen. Leute, Leute. Wir müssen in den Uterus. Ah, Leute, macht's einfach fett. Ist straight up falsch. Leute. Nein. Nein. Oh. Yo, war das knapp. Ich weiß allgemein nicht, was in der letzten Stunde abging. Aber ich hab viel geschrien. Ich hab wieder einfach weggefickt werden. Yo. Das ist taktisches Schlechtsein. Ah. Okay. Alles gut. Yo, ich kann nicht mehr mehr springen. Was ist denn los mit mir? Wow. Nein. Du Fotze. Yo, das sind ja voll die realistischen Früchte, Mann. Scheiß Plattform. Ich ficke deine Mutter. Yo. Was war das gerade? Kann ich mir das erklären? Ich tue so, als wäre da irgendjemand. Ich bin fucking alleine. Nein. Ich weiß doch, dass das da ist. Du Bitch, Alter. Wo bin ich? Bruder. Bro. Bro. Ich kann dazu nicht sagen. Es war einfach nur übelst peinlich. Ah, Alter. Meine Spatial Awareness ist die von dem Hamster. Okay. Spatial Awareness. Donut. Das ist so viel wie. Oh. Da ist so ein Ding, was im Kreis läuft. Und davon darf ich nicht erwischt werden. Was ist es? Off-camera. Aber ich weiß doch so ungefähr, wo es ist. Und dann spiele ich trotzdem drüber. Das fehlt mir. Ich weiß doch, dass wir gegen Ende des Streams einfach keine Matches mehr bekommen haben. Halt null. Ja, okay. Das Spiel lässt uns nicht nochmal spielen. Also. Fuck it. Ich denke, das war's. Ja, es war halt echt schade. Aber die Zeit, die ich in dem Spiel verbracht habe, hat mir echt Spaß gemacht. Aber das Spiel steckt leider noch echt in den Kinderschuhen. Mit Teamspielen, die unbalanced sind, keinen Spaß machen. Eine Spiele-Rotation, die immer nur die gleichen drei Spiele rausspammen. Und das Spiel ist voll mit Hackern. Halt. Leute haben nichts besseres zu tun, als bei Fall Guys zu hacken. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber ich sehe sehr viel Potenzial in dem Spiel. Ich werde das jetzt ein bisschen öfter spielen. Und hoffentlich gewinne ich auch mal einen. So, jetzt die Frage, Leute. Jetzt habe ich das Spiel ausgemacht.